Ich glaube, wir haben schon zehn Minuten schon, oder? Und die Rennen. Ja. Foto habe ich auch gemacht, ich kann während dem Video kann ich ein Foto machen. Das ist schön, du liegst hier hinten, wie du sagst. Das ist bequem auch. Das ist für sechs Personen, oder? Wieso, kannst du runterfahren? Ja, können wir auch sicher, weil jetzt haben wir das Verdecke unten. Passt noch ein bisschen weiter nach links rüber. Die Leute sitzen beim Kaffee und wir gehen gemütlich spazieren. Das Kuschelboot fällt auch da drüben. Ja. Ja, ja. Ich muss meinen zweiten reinigen. Da hast du dich. Da hast du dich. Du ein bisschen zurück nach links fahren. So? Ja. Und jetzt? Da, das fahre ich wieder nach rechts dann nachher. So, komm ich durch? Ich glaube schon. Was machst du jetzt? Und drin. Wir fahren durch. Soll ich durchfahren oder magst du? Nein, ich bin schon. Da sind drin. Jetzt wird es schwer. Jetzt wird es schwer. Hoppala. Jetzt müssen wir durch sein. Was machst du? Wieso fährst du? Ich wollte eigentlich. Du bist zurückgefahren. Na, warte kurz. Dass die da ordentlich vorbei kommen. Der will nicht nach rechts lenken. Ja, ja. Und da bin ich nach rechts lenken. Ja, nur so meine ich. Wieder nicht. Da siehst du ja nicht nach rechts. Wenn ich nach rechts lenke. Das ist jetzt kein Ziel. Na schon. Aber jetzt. Schau mal. Wenn sie nach rechts lenken. Oh ja, schon. Dann tut eh nach links. Wahrscheinlich wäre ich immer ein bisschen nach hinten. Aber wir haben es geschafft. Wir sind durchgekommen. Jetzt sind wir nicht gestrandet. Nein. Ich glaube, du kommst doch anders daher. Wahrscheinlich ohne unter der Brücke durchzufahren. Ja, von der anderen Seite. Ja, das meine ich. Ja, von der Fährreis. Ja, durch die Fährreis. Ja, aber das ist halt interessant. Das ist viel lustiger. Von der Fährrein kommst du her. Das ist viel lustiger gewesen. Dann fährst du dann zurück. Wo ist das? Die Fährre ist da drauf. Da hinten. Na ja, Appelteuer. Das war schön. Das hat mir gefallen. In Laxenburg. Die hätten auch noch das Verdeck runter gehen müssen. Dann wären sie vielleicht nicht durchkommen. Aber es ist klar, mit so einem Lenkrad ist es schwieriger als mit einem Joystick. Das ist so, wo sie fahren, gell? Da hinten ist die Fährrein. Bei den Minuten haben wir noch, oder? Und jetzt sind wir vier Stunden gefahren. 15 Minuten, oder? Ja, Manu. Aber die Schwäbyschwein... Gell? Ja. Schwach.